Also, herzlich willkommen Leute hier zurück bei Rocket League mit dem Carsten Stahl. Ja moin. So, ja, und zwar habe ich mir nämlich überlegt, ich habe eigentlich bis Folge 100 schon aufgenommen gehabt Rocket League, aber die Folge, die als nächstes online gekommen wäre, die ist im Oktober 2016 aufgenommen, ne im August 2016 aufgenommen worden, also über ein Jahr alt und jetzt haben ich und Janik uns gedacht, also ehrlich, ich meine Carsten Stahl, der macht auch gleich Zugriff, dass wir ein bisschen eine neuere Folge mal raushauen. Also, das ist jetzt tatsächlich seit Beginn des Rocket League Let's Plays die neueste Folge, die es gibt. Also, wir haben heute den, lass mich nicht lügen, 26, nee nicht 26, 24. Oktober, ich glaube schon, ja, 24. Oktober kommt hin und ich bin einfach gut. Ja, also 24. Oktober 2017, ja, und dann, ja, könnt ihr jetzt mal sehen, auf was für einem Skill-Level ich mich jetzt mal so bewege, weil die Folgen, die ihr bis jetzt seht, da denkt ihr, habe ich halt so, wie kann der Typ immer noch so scheiße sein, nach 100 Folgen. Pass auf, Outplay. Ja, und ich habe auch den Nissan Skyline GT, oh, oh, gehst der drin? Ja, du Scheiße, ey. Ja, ich habe gefährdet, müsste man... Würdest du mir mal sagen müssen, dass der drin ist, ist, aus meiner Position sah es nämlich so aus, als ob der nicht drin ist. Ja, guck mal, ob ich hingefahren bin, ich habe Boost geholt. Oh, lol, Alter, war nicht schlecht. Ich hätte den halt noch saven können, ich bin fest davon ausgegangen, dass der an den Pfosten geht. Achso. Wegen Ansagen, am besten, wenn der drin ist. Weil ich sehe das nicht immer. Oh, ho, oh. Das war ein guter Safe, muss man sagen. Alter, was machen die hier für Trixie-Mixies, ey, oder? Ich mache richtig Trixie-Mixies. Ne, die Gegner, also... So. Alter. Nein. Der macht Eigentor. Also fast. Das ist toll. Skycloud 144 Hertz, Alter, kein Wunder, dass der so Scheiße ist. Janik, du musst mal saven. Ich habe gedacht, du hast den... Du bist hochgeflogen. Ja, ich bin hochgeflogen, aber... Einfach nur, falls du verkackst. Hey, ich war hinter dir. Ja, ich weiß, aber ich wollte halt schon mal versuchen. Ja, aber... Das ist ja keine Garantie. Okay. Ich meine, ich bin rückwärts, und rückwärts fliegen ist immer ein wenig... Ein wenig risky. Jawohl. Du Wichser, du machst nicht rein, Alter. Den musst du jetzt mal saven. Ja. Kannst du nix machen? Ja, wenn ich keinen Boost mehr habe, kann ich da nix machen. Alter, was sehen die Gegner denn... ...für Rank? Rank? Du musst halt endlich mal Flieg und Sieg lernen. Ja, ich... Fang mal an, auch wenn du Scheiße bist in der Zeit. Das ist egal. Wenn du es dann einmal kannst, dann bist du zehnmal wertvoller als Team... ...Made. Ja, ich probier's einfach. Oha! Was? Wieso habe ich eigentlich den Booster nicht bekommen? Mach mal rein. Booster! Oh, war so schlecht. Ach, der will match sich. Oh. Im Glück saved der Gegner für uns. Ja, den hab ich gesaved. ich hab mit kuya gespielt bin jetzt wieder ich bin fast platin 1 jetzt alter ohne witz platin 1 was warst du im doppel ich bin jetzt platin 2 liga 1 ach so also bist du aber ich bin fast platin 1 ja weil ich mit kuya gespielt habe warum ist kuya so kacke oder was ja der hat ewig nicht gespielt und du weißt wie gut kuya und ich teamwirken in anführungszeichen nämlich gar nicht kuya macht alles alleine und schreibt mich an weil ich dann ja genau wenn irgendwie tor fällt für die gegner dann schreit er dich an warum du nix gemacht hast ja ich kann ja nix machen weil er ja alles alleine macht ja genau ich fahr drauf ja ich bin übrigens mlg player das steht auf meiner flagge gute fps drops was habe ich den mikroruckler willst du das spiel mich verarschen würde verarscht sein ich verarscht dich ich hab dich verarscht du 0 ist das eigentor ich muss grad sein warte mal den habe ich aber habe ich den outplayed boah alter easy der hat mich diese drohädige hier janik warum ruckelt das spiel hallo gute 10 80 ti ach so was denn los man ich werde nur zerstören die sind nur am boxen ja sag ich doch ja aber die können auch keine anständigen place machen weil sie nur boxen naja oh gott die stecke richtig scheiße jetzt rein beeilung der kommt ja der ist noch ganz weit weg würde ich trotzdem ansporen ein bisschen vielleicht hättest du noch verkackt und ich hätte absen wir gehen können zum beispiel ja genau alter die map ist bei dir auch so ja es ruckelt halt immer mal ein bisschen ok dann hängt es an der map also ich denkst dass es die map ist ja da hast du ein bisschen vorlage gemacht für die gegner ja ich wie soll ich den saven so hätte ich den nicht gesaved hätte er auch mitgekommen hättest du anders hinfahren müssen hättest genug zeit gehabt noch zu drehen so vorwärts und dann äh hättest du den besser wegspielen können oder wer drin gewesen du kacke buhrt alter what the fuck oh nein du bist nicht da oh ja janik oh man ich will nicht platin 1 werden wir haben noch 238 tore zeit aber trotzdem alter das ist so ein ball nicht berührt das ist dumm ja ja oh jetzt mach ich auch noch vorlage ja ja warte ich geh mitte janik ja Fuck, ich wollte den eigentlich noch berühren. Gute Teamworks. Der ist drin. Mann. Der fickt dich doch. Hinter dir, den will ich kopfen. Alter. Woll, ich boxe ihn komplett weg und er stirbt nicht. Was denn? Jetzt hau rein! Woll, ich bin da. Wollt den einen ein bisschen weggeboxt. Ey, das sind solche Huren, Söhne. Die boxen mich weg. Mann! Spawn doch mal schneller! Ich brauche 30 Jahre zum Spawnen! Alter, ich bin gerade jetzt voll offensiv. Alter. Tja. Hör auf mich zu boxen! Ach so, jetzt hat er mich wegboxt. Mann! Wechsfiguren, Alter! Guck mal da, wie er mich beim Vorbeigehen einfach wegboxt. Guck mal. Boah. Doch, wir zeigen uns ja mal wieder hier heute von unserer besten Seite. Ja, irgendwie schon. Jetzt fang mal mit Flieg und Sieg an, Alter. Ich bin Gold 3, Alter. Ich bin nur noch Gold 3. Oh mein fucking Gott. Jetzt fang einfach an zu trainieren. Wenn Ball hochkommt, flieg hin. Es ist scheißegal, ob du verkackst oder nicht. Irgendwann klappt's. Ja, aber das Matchup war irgendwie auch... Ach, klar, macht der Sinn. Wetten wir, wenn ich jetzt gewinne, kriege ich keine Abrenkaufplatte hin? Mittlerweile ist das so. Doch. Aber Brogelig ist kacke. Flieg hin, flieg hin, wenn du Boost hast. Ich hab keinen Boost. Okay, schade. Egal, ich hab die abgelehnt. Oh, nö. Ich brauch den Boost hier. Ja, ja. F. Oh. Ja, guck mal. Das war doch schon mal am Anfang. Ja, aber... Okay, dass der Gegner da nicht steht. Da hättest du zum Beispiel auch hinfliegen können. Oder an der Wand hochfahren. Da ist man früher da. Ja, aber... Ich wusste genau, dass niemand kommt von dem Gegner. Ja, aber trotzdem. Je schneller unser Spiel ist, desto unvorhersehbarer ist es. Das ist wie im Fußball. Das ist wie im Fußball. Oh, Alter. Hätt' ich noch stückwärts fahren dürfen. Loll. Fahr doch hin! Direkt mit Boost volle Lotto drauf. Oh, das war ausgesehen. Macht nix. Gegner boxen uns auch oft genug. Jo, aufblade, ne? Einmal. Zweimal. Schön in den Winkel, Alter. Ja, das ist ein richtiger... Heim rum, Alter. Pfff. Das ist ein gut sein. Oh, das war vielleicht ne kleine Vorlage. Oh. Oh, scheiße. Fuuuck. Ich bin aber auch heute scheiße, ey. Ohne Witz. Oh, Gott. Jetzt bin ich gerade nach hinten gefahren. Komplett. Ich kann auch mal irgendwann einen Ball treffen. Seh' ich... Mann, der Fresse, ey. Hey, der Typ ist krass, Alter. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, die Feuer, ja, oh. Ey, das mach ich halt alles nicht mit der Absicht. Ja, ja, sagen sie mal. Sof, die war gar keine Absicht. Feins Tor. Obwohl, die haben verkackt, lol. Ja, das... Nein, nein, nein. Ich hab ganz kurz gedacht, wir wären in Orange. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's gedacht. Oh, fuck, ich hätte sagen sollen, dass ich den nicht mehr begrüben will. Okay, der geht nicht. Och, aua. Flieg! Warte, lass... Oh, sorry. Egal, hab ich zu spät gesagt. Ja, eigentlich hab ich eher zu spät reagiert. Nein! Kein Save. Ja, aber Freihumschlag, ne? Wenigstens etwas. Ich glaub, der will Teamworks machen, aber sein Mates rafft sich. Ich glaub, der will Eigentor machen und sein Mates rafft es nicht. Oh, Mann! Oh, lolala. Ich bin so kacke heute. Ach, danke schön! Och, danke, ich werd direkt wieder gerutscht. Ah, hallo, wir stehen zu zweit da. Ah, outplayed. Jetzt musst du mal hingehen. Da wär ich mir nicht. Ist kein Boost? Nee. Oh, nee, nee, nee. Oh, der kommt gut. Mann! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck! Was ist denn? Oh, Janne, geh doch aus dem Weg! Hey, du standest in nem Vollkack-Winkel! Nein, ich hätt reinmachen können, aber ich glaub, ich musste dir noch halb ausweichen. Loll, wir hatten grad die gleiche Idee. Oh, ich hab die outplayed! Alles. Fickt euch, alter! Guck mal hier. Ah, läuft doch auf einmal. Läuft doch. Ja, wow, wir haben jetzt Zwei Games verloren, eins gewonnen. Ja, aber ich fand die Gegner auch nicht so schlecht, so. Weißt du, was ich mach? Kein Uprank. Oh mein Gott, ich krieg echt kein Uprank. Oh mein Gott, man. Guck, ich sag doch Rocket League Scheiße. Ich sag das. Endwert, ja. Macht Rocket League's? Nein. Ah ja. Müssen wir die Gegner doch mal machen. Die Map sieht jetzt auch voll geil aus. Ja. Ist viel heller und so. Ja, und an der Seite offen und... Ja, das sieht besser aus. Lass mir den Boost hier, bitte. Oh Gott, der war nicht aktiv. Oh. Alter, ich hab alle outplayed. Versuch so zu spielen, dass der Gegner nicht direkt reinhauen kann. Ja, nice. Sehr schön. Oh, Kasten ist online. Holt der sich eigentlich auch mal Discord? Warte, lass. Weiß gar nicht, ob der überhaupt... Ob der... Ich glaub, der hat sogar Discord. Hat der nicht schon mal auf dem Discord hier? Weiß ich nicht. Oh Gott. Warte, ich... Okay. Ach, alter, ja, nix. Gott, du Gott, du Gott. Leute. Warte. Ich hab den einen geboxt, der andere ist bei dir auch drauf. Ja. Coole Kinder. Wieder am Rocket League spielen. Ja. Boah, du kannst ja richtig viel, Junge. No, 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 no. Ja, komm hier, fick dich selber, ey. Boah, alter, ich werd bis zu meinen Toren boxen. Kann mal reinmachen. Ja, ich... Ich glaub dann nicht, der Gegner wieder hin. Wie da wieder keiner hin geht. Oh, ich hab den Out. Oh, Rach ist Blutwurst, du Fotze. Müssen wir da 3-3 mit Stefan spielen, ey. Und dann schön die ganze Zeit Stefan auf Box durchschicken und wir machen. Ich hab die alle outplayed, aber dann am Ende leider... Ja. Oh mein Gott. Oh, der wollte mich... Ja. Ja, was anderes können sie ja auch nicht. Den Flieg und Sieg hab ich verkackt. Oh Gott, bei mir lächst es ein bisschen. Oh oh. Du hast mich halt geboxt. Ja, was machst du denn auch? Du hast Vorlage gemacht. Warum Vorlage? Hättest du mich nicht geboxt, hätte ich den einfach nochmal berührt und dann wär gut gewesen. Du hast den berührt und dann hab ich dich weggeboxt. Ja, wie gesagt, ich hätte den einfach nochmal berührt. Alter, er stellt sich da davor. Ja, ja klar, so macht man das. Er boxt mich. Oh, Eiger. Was machst du? Was soll ich denn machen, Alter? Ohne Witz, der Ball kam so geistig behindert, Alter. Ja, ich stand direkt hinter dir. Ja, ich weiß. Oh, Wichser, Alter. Oh, Witz. Oh, Witz, wenn der nicht reingegeben wär, Alter. Ich hätt den in sein Gästigstörwix. Reingegehen wär. Ja. Gude Deutschland. Ich spreche nicht so gut Deutschland, tut mir leid. Haha, wie ich euch outplayed, ab ihr kleinen Picser. Oh mein Gott, wie ich... Ah, Janik outplayt sich selber und der Gegner macht Eigentor. Flieg hin! Junge, ich hätt den Ball so gut getroffen, ne? Ja, den hätt... Ja, der Gegner ist da. Aber der fliegt halt und da musst du auch fliegen. Sonst hast du nämlich den Ball nicht. Ach, echt? So, ihr dummen Kinder, ey. Ja, schönes Eigentor von euch. Herzlichen Glückwunsch. Müssen wir auch ein Tor machen, gell? Ich weiß. Ja, wie spielen die denn diese Kack-Fälle? Natürlich. Was ne Physik, Alter. Wer ist jetzt da vorne gekommen? Oh. Mann! Verfickt und zugenäht. Ich bin so scheiße. Alter. Trifft er nicht. Mach doch was! Rede. Alter. Gute Legs. Ja. Ich glaube, das wollte ich nicht mehr suchen. Ach so. Gib auf. Sonst haben wir nochmal Anstoß. Wie bitter, ey. War so ausgeglichen. Ich will nicht Kladin 1 werden, ey. Schau. Doch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.